Gelegentlich wird mal behauptet, dass Haferflocken Dickmacher sind. Stimmt das? Also da muss man schon eine ganze Menge falsch machen, damit Haferflocken wirklich zu Dickmachern werden. Zum Beispiel Unmengen von Zucker dazugeben, Schokoflocken oder Honig zum Beispiel. Oder aber wenn man sich in einer Menge verschätzt, weil die quellen ja noch immens auf im Magen und in der Schüssel sieht das alles sehr wenig aus, also kippt man immer noch mal ein bisschen dazu. Oder wenn man Instantflocken nimmt aus Zeitgründen, aus Bequemlichkeitsgründen, die haben ohnehin schon sehr viel Zucker und auch noch manche andere Zusatzstoffe, die nicht unbedingt gesund sind. Wenn man all das verkehrt macht, werden es Dickmacher. Ansonsten sind Haferflocken perfekt. Wenn man sie frisch zubereitet und vielleicht noch mit Mandeln, Nüssen, Äpfeln, Beeren oder auch Quark erweitert, dann ist das ein super Nahrungsmittel, was auch noch lange sättigt. Kann ich nur empfehlen.